Der Plan heute, Garen, Jungle, wurde ja geändert, er heilt sich die ganze Zeit. Es sind Gangs, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Darius, Garen, Toplane Gang, stelle ich mir sehr witzig vor. Was ist denn das? Mio Rick? Das war, war Vic? Ah, es ist Yorick. Ja, schwierig. Oh, ich bin so schlank. Garen besteht ja normalerweise aus 80% Schultern. Die Musik klingt ja insane. Insane in Membrane klingt die. Also jetzt müsstet ihr Game Sound haben, ne? Ganz normal. So, ich meine Deactivation Superskills. Ich weiß doch hier, wie die Leute sind. Meine Garen, Jungle, das ist halt... Das Ding ist halt, man muss halt technisch gesehen eine Tech-Speed bauen, damit er sich halt mehr dreht. Ich bin ein Genieus. Ich bin ein Genieus-Gank-Maschine. Ich bin ein Maschine de la Gank. Hast du das gesehen? Zählten Silence als Schildbrecher für sie? Ja, ne? Oh mein Gott. Ja. Silence ist leider verschwunden. Ich muss bedenken, ich hab ganz schön wenig CC. Ich kann halt nur... Shut the fuck. Ah! Und das war's. Merk mir, kann ich gar nicht. Hey, I'm a complex champ. Ah, scheinbar. Ja, das war okay. Counter-Gank, Garen, ist einfach nur crazy. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall erstmal Boots. Will ich, dass ich mich... Will ich mich ganz oft drehen? Was will ich eigentlich von diesem Champion? Oh mein Gott. Das ist mal anderem. Da hatten sie richtig Bock. Hey, Bock drauf, du! Wir gehen jetzt auf jeden Fall Black Cleaver. Ich glaube, mit der Range hat er auch nicht gerechnet. Habt ihr das gesehen? Er ist so einfach 100 Kilometer weit weg. Das ist einfach eine Long Range Spell. Das ist einfach Poke. Aber, puh, was soll ich sagen? Also ich nehme natürlich alles an. Ich nehme es so an, wie es kommt. Ja. Du bist halt insta-red. Ich hasse dich. Wirklich. Das ist halt nicht gut. Die Animation ist halt sehr lang. Er hat halt wirklich... Aber das hat so viel Zeit, da zu reagieren. Schockiert mich. It's shocking me softly. Oh, wow. Sterax, Alter. Sterax, hat sich gerettet! Hatte mich das gerettet? Ja, er hatte es. Er hatte es. Auf jeden Fall war ich kurz entflammt. Entflammt von der Kraft von Garen und seiner Tankiness. Long Range. Oh, what? Aber ich habe noch die Ult. Hier, der Laser. Der Turret, der weiß, wen er töten muss. Der hat echt Bock. So. So. I will not laugh. Guck mal hier. Nine times. Nine times. Ich habe schon Bock auf Warten. Ich bin ja auch Garen. Garen ist ja auch ein Assassin. Garen ist ja auch ein Assassin. Forward! Fuh! Garen ist ja auch ein Assassin. Ja, ich habe ihn jetzt raus. Können wir den jetzt machen? Wir haben Arsia und Vain. Alter, schneller kann man einen Baron nicht machen. Na, ich bin dann wirklich. Ich bin dann einfach nur ein worthless human being. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Nee, er ist, er ist, er ist, er ist noch ein bisschen schlimmer als ich. Ich fand, Theon ist noch ein bisschen dümmer. Oh my God! Oh my God! Das war einfach, die ist, die Ult war so krass. Ich wusste gar nicht wenig. Oh, das wird ein Pender. Ach nee, da ist eine Wand dazwischen. Boah, das war gerade so eine krasse Malfight-Ult. Wenn ich halt Flash gehabt hätte, wäre legendär. Der hätte ich immer noch Flash-Q und wäre einfach nur drinnen, nämlich gedreht. Aber das war insane, Leute. Dass der das überhaupt macht. Das ist einfach nur, das ist einfach nur schon, schon Mobbing genug. Ich halte leider in der Ult von links nicht viel aus. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Ein Quadra gewesen. Nice! Spin to win. Absolutes Power-Play. Gly-Sidden mit den Plays. Ja, die sind war hier auf jeden Fall schwierig. Schwierig, schmierig war der. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF.